ja hallo und herzlich willkommen hier beim mega tv mein name ist patrick lühe anwendungstechniker der mega hamburg worum soll es in diesem kleinen video gehen es soll um was verarbeitung von wasserlacken gehen in erster linie um die werkzeuge damit bei was ich ihnen erst mal zeigen möchte ist unser kurzen überblick über unser pinsel sortiment wenn sie vor den regalen stehen dann ist ja ein wahnsinniger wust an pinseln da teilweise zu sehen und da haben uns gedanken gemacht und haben überlegt mensch wie können wir das denn so ein bisschen vereinfachen wie können wir das denn so ein bisschen angenehmer für sie machen und haben uns ein farbleitsystem ausgedacht das eigentlich relativ logisch und einfach ist zum einen beginnt das mit den weißen vorband kunststoff vorband für dispersionsfarben fassaden farben und so weiter zum zweiten dann die der rote vorband für lösemittelhaltige produkte lösemittelhaltige lacke die grünen sind für lasuren in sämtlicher form und lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar und die ganze besonderheit wo es jetzt auch darum gehen soll ist der blaue vorband das sind unsere wasserlackpinsel die konex pinsel die wir letztes jahr neu rausgebracht haben und dazu möchte ich noch ein kleines bisschen mehr sagen was macht diesen pinsel so besonders was ist da so schön dran wichtig um ein wasserlack vernünftig zu lackieren ist natürlich die menge die ich auftrage und hier haben wir schon mit den konex pinsel den ganz großen vorteil dass wir eine unwahrscheinliche menge an borsten haben unwahrscheinlich stark gefüllt und gefasst so dass wir richtig viel material aufnehmen können und die richtige menge auf die fläche aufbringen können das zweite ist wenn sie dann im standort sind und pinseln nehmen fassen sie mal die borste an das ist fast wie so ein rasierpinsel das ist eine ganz 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 feine kunststoff borste eine synthetische borste die eben nicht aufgewählt und durch diese feine faser in der oberfläche kriegen wir einen unwahrscheinlich tollen verlauf hin bereits von anfang an und wenn der von anfang an erstmal gute oberfläche hat dann spannt er sich natürlich noch umso besser aus das ist das besondere bei diesem konex pinsel gute farbfassung ganz tolle borste ganz feine borste so dass ich in der oberfläche ganz fein arbeiten kann natürlich gehört da auch eine auswahl dazu in diesen produkten wir haben zum einen ein kunststoff vorband und ein faden vorband fragen sich wahrscheinlich warum denn überhaupt und warum haben wir denn diese beiden vorbände es ist nicht so dass der kunststoff vorband die billige variante ist und dass die hochwertige variante ist nein es ist die gleiche borste ist das gleiche material die gleiche füllmenge an borste und so weiter das ist einfach nur hier kann ich abbinden wenn ich das abbinden noch beherrsche hier könnte ich auch abbinden muss dann aber einfach diesen kunststoff abbrechen und habe dann auch eine verlängerte borste wieder das zu den beiden natürlich gehört zum vernünftigen pinsel auch ein vernünftiger lack dazu da möchte ich ihnen den 130 aqualack seidenweiß plus ans herz legen also wirklich ein ganz schönes produkt ein ganz tolles produkt sehr modern extrem pu verstärkt dadurch extrem blockfest und handschweißbeständig das ist das eine das zweite ist dass wir mit diesem produkt einen unwahrscheinlichen verlauf bekommen das möchte ich ihnen einmal ganz gerne zeigen einmal ganz kurz demonstrieren indem ich hier jetzt eben meine mein konex pinsel nehme und einfach mal auf der fläche hier eine kleine menge auflege man sieht bereits beim verarbeiten dass ich unwahrscheinlich viel material auf die fläche bekomme und das ist wirklich gut bei wasserlacken damit sie hinterher auch wirklich schön gleichmäßigen verlauf bekommen ja ich habe keine ansätze selbst nicht in die fläche noch mal rein streiche bekomme ich also nicht diese harten ansätze wie bei vielen anderen borsten aufgrund der feinen konex borste und kann hier also wirklich ganz 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 tolle flächen mit schaffen noch einmal im gesamten durchziehen und bekommen hier einen spitzen verlauf was man jetzt natürlich schon sehen kann eine besonderheit bei den konex pinseln ich muss es einfach ansprechen weil ich ihn einfach toll finde und liebe das ist der fenster pinsel ist die fenster variante leicht abgeschrägt vorne damit ich ganz sauber arbeiten kann es ganz sauberen strich ziehen kann und das kann man auch vielleicht noch einmal ganz kurz zeigen wenn ich hier also dran längst beschneiden will am pinsel oder ähnlichem da kann ich hier wirklich ganz toll dran längst ziehen ohne dass hier irgendwas ausfranst und das ist durch diese schrägung möglich gerade für fenster perfekt geeignet ja ich hoffe das ist ein kleiner überblick gewesen sowohl über das farbsortiment als auch die den lack beziehungsweise die konex pinsel probieren sie sie aus testen sie sie einfach es lohnt sich vielen dank so Untertitelung des ZDF, 2020